So, wenn sie Fragen haben, einfach fragen, dafür überweisen ich, die wollen immer nur spielen. Sie sind auch im normalen Leben, noch ein Führer, was macht man nicht so? Nein, im normalen Lokführerleben fahre ich bei CE-Zügen über Deutschland und Deutschland. Das sage ich mal, ist hier so ein bisschen der Ausfall dazu. Ja. Slow motion. Ja. 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 Genau. 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 Ja. 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 So, kann sein. Und auch ganz schön schnell rückwärts. Genau so schnell rückwärts wie vorwärts. So, kann sein. 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 Wir können da mal ein bisschen Schwung holen müssen. Wir können da mal ein bisschen Schwung holen. Das war's.